Hallo, ich freue mich heute den neuen Vergütungsplan von LivePlus vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Matthias Müller, ich bin Vierstandiermann bei LivePlus zusammen mit meiner Frau Niel und bereits seit 23 Jahren bei LivePlus dabei. Es ist interessant, LivePlus hat ein paar Änderungen gemacht, die minimal sind, aber mit großem Effekt und das möchte ich jetzt gerne vorstellen. Ich erscheine dann nicht auf dem Bild, weil wichtig ist die Präsentation und ich versuche alles so gut wie möglich zu erklären. Wenn irgendwelche Fragen übrig bleiben, bitte wende dich an denjenigen oder an diejenige, die dir den Vergütungsplan erklären will oder erklärt hat und frag einfach nochmal nach oder ansonsten an deine Ableien, an die Diamanten. Viel Spaß und jetzt geht's los. Zuerst mal das Wichtigste, also wir haben minimale Einstiegskosten für eine fix und fertige Existenz, die du ab 70 Euro pro Monat starten kannst. Die monatliche Bestellung ist deine Eintrittskarte und berechtigt dich hier alles zu nutzen, was dir zur Verfügung gestellt wird. Du kannst es neben- oder hauptberuflich machen. Du kriegst einen internationalen Online-Shop, der mit hochwertigen Vitalstoffen und Naturprodukten bestückt ist. Du hast kein Risiko, keine Verträge und keinerlei Zwänge. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das bedeutet für dich 100% Chancen. Die Vorteile bei unserem Unternehmensaufbau sind ganz klar ein passives Einkommen, ein sofortiges Einkommen durch Provisionen und eine Unterstützung durch Top-Leader und Führungskräfte. Unsere Alleinstellungsvorteile sind wirklich reines Empfehlungsmarketing. Du hast keine Lagerhaltung, kein Verkauf. Es ist international arbeiten möglich in über 50 Ländern. Du bekommst eine Provisionsauszahlung theoretisch unendlich in die Tiefe. Solange bis jemand kommt, der genauso erfolgreich ist wie du, dann kriegst du von ihm noch vier Ebenen. Und damit heißt es im Grunde genommen, du hast kein Breakaway. Und was wir auch haben, ist eine besondere Unternehmenskultur. Das liegt an unserem Vergütungsplan, weil der die Unterstützung und den Teamaufbau fordert. Live Plus hat mehrere Auszeichnungen bekommen. 1996 als ethisches Unternehmen, 1998 als Best New Business, 2017 Company with a Heart und 2019 on the watch. Da kommen Leute und gucken einfach, wie geht es in der Firma zu, wie werden die Leute behandelt, wie gehen die mit ihren Supporter um, mit dem Callcenter, wie reden die mit den Leuten und so. Und da haben sie auch einen Auszeichnungen, kriegt Best Company. Dann der Vergütungsplan. Umsatzbeteiligung ist besser als Lohn. Ich denke, das weiß jeder, der sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat. 40% von den internationalen Punkten, die Live Plus uns zur Verfügung stellt, gehen an Live Plus. Und 60% werden im Netzwerk ausgeschüttet, für die, die Unternehmen aufbauen wollen. Es ist mal hier so dargestellt, in grün die 40% Phase. In der ersten Ebene werden hier 5% Bonus ausgeschüttet. In der zweiten Ebene 25% und in der dritten Ebene 10% Bonus ausgeschüttet. Und die drei Ebenen sind auch deine Qualifikationsebenen, mit denen du dich für das höhere Volumen qualifizieren kannst, dass hier ausgeschüttet wird. Dann kommt die Flexphase. Hier werden nochmal 12% ausgeschüttet, 3% für den Bronze-Status, 3% für Silber, 3% für Gold und für Diamant 3%. Dann kommt der Generationen-Bonus. Hier werden nochmal 8% in der Phase 3 ausgeschüttet, als Einstern-Diamant 3%, als Zweistern-Diamant 3% und als Dreistern-Diamant 2%. Okay, alles beginnt damit, dass man ein Team aufbaut. Und das bedeutet, wenn du 500 internationale Punkte in der Ebene 1 bis 3 hast und drei aktive Beine, dann bist du ein Believer-Status. Das heißt aber, du bestellst für 40 internationale Punkte als dein persönliches Volumen. Der nächste Status ist der Bilder-Status. Du hast auch wieder 40 internationale Punkte, persönliches Volumen, drei aktive Beine in der ersten Ebene und 1.500 internationale Punkte in Ebene 1 bis 3. Das heißt, du hast ein Team aufgebaut, das schon dupliziert und das Geschäft beginnt zu wachsen. So, jetzt gehen wir ein bisschen in den Vergütungsplan rein. Wenn jetzt hier jemand kauft bis 150 IPs, dann schüttet der Vergütungsplan an A 5% aus, an B 25% und an C 10%. Wenn jetzt jemand über 150 IPs einkauft, bekommt er einen sofort Rabatt auf alles, was über 150 IPs ist, von 20% direkt sofort. Nach oben werden dann für A 10%, für B 5% und für C auch nochmal 5% ausgeschüttet. Wenn jetzt du einen Shopper zum Beispiel einschreibst hier, dann ist deine direkte Vergütung auf seinen Einkauf auf die IPs 25%, wird er sofort auf dein Konto gutgeschrieben. Was bedeutet ein Shopper? Was ist der Unterschied? Also, Shopper sind kein Teil des Netzwerks. Sie sind auch nicht gesponsert und können nicht selber sponsern. Sie sind daher nicht gebunden. Sie können heute bei dir einkaufen und morgen bei jemand anderem. Also sind da frei, sie zählen auch nicht zu deinen Beinen dazu, sie schließen keinen Vertrag ab, aber Shopper können jederzeit auch in deinem Team Member werden und dann selber das Business aufbauen. Okay, nach oben werden hier dann für A 10% ausgeschüttet und für B Nummer 5%. Damit ist jetzt hier die erste Phase für das Qualifikationsvolumen ausgeschüttet. Weiterhin geht nach oben die Flexphase. 3-12% werden hier nach oben ausgeschüttet. Je nach Status, das bedeutet, das rutscht hier in dem Fall in dein Qualifikationsvolumen rein. Was zur Folge hat, dass du dich schneller qualifizieren kannst und dass du natürlich auch hier schneller Status erreichen kannst. Wie gesagt, ab Bronze gibt es hier 3%, ab Silber nochmal 3%, ab Gold nochmal 3% und ab Diamant auch nochmal 3%. Damit ist die Phase 2, die Flexphase ausgeschüttet. Es geht immer nur um eine Produktbestellung. Jetzt kommt der Generationenbonus. Hier werden auch nochmal 8% ausgeschüttet. Ein Stern Diamant, das heißt, du hast einen Diamant in deiner Linie, bekommst du 3%. Bei 2 Stern Diamanten nochmal 3% werden ausgeschüttet und bei 3 Stern Diamanten werden 2% ausgeschüttet. Jetzt ist hier sozusagen die Vergütung von 60% ausgeschüttet bei einer Produktbestellung. Vergrößern wir nochmal die Phase 2 und 3, dass man es deutlich sieht, was es bedeutet. Um Bronze zu sein, brauchst du hier 100 IP persönliches Bestellvolumen, 3 aktive Beine in der ersten Ebene und 3000 IPs, Qualifikationsgesamtvolumen in der Ebene 1 bis 3. Dann bekommst du aus deiner gesamten Tiefe theoretisch unendlich, bis jemand kommt, der genauso viel Erfahrung oder Erfolg hat wie du, 3%. Wenn du dreimal bestätigt hast, das ist das Highlight, gibt es die LPE oder LPH. Du wirst eingeladen von Live Plus für ein spezielles Training und eine Firmenbesichtigung, entweder nach England oder nach Holland. Die nächste Stufe ist dann Silber. Du bekommst hier aus der Tiefe auch die 3%. Nach wie vor 100 IPs persönliches Volumen als Bestellung, 6 aktive Beine in der ersten Ebene, 6000 IPs Qualifikationsgruppenvolumen in der Ebene 1 bis 3 und du bekommst hier einen 3% Tiefenbonus dazu. Theoretisch wieder unendlich in die Tiefe, bis jemand kommt, der genauso erfolgreich ist wie du. Die nächste Stufe, 150 IP bestellt wird jetzt bei Gold als persönliches Volumen. Du hast 9 aktive Beine in der ersten Ebene, 9000 IPs Qualifikationsgruppenvolumen in der Ebene 1 bis 3 und bekommst 9% Tiefenbonus, theoretisch unendlich. Wenn du dreimal bestätigt hast, wirst du von Live Plus eingeladen zur LPU. Das ist eine fünftägige Reise, wo du die Firma kennenlernst in Amerika, in Arkansas, Batesville. Da hast du die Chance, direkt den CEO Robert Christian von Live Plus kennenzulernen und mit ihm auch Zeit zu verbringen. Wo du die Mitarbeiter kennenlernst und das Office siehst, die Produktionsstätte, wie die Produkte hergestellt werden, die Lagerhaltung und natürlich auch das Auslieferungslager. Und es wird dort wirklich auch Persönlichkeitsentwicklungen betrieben. Es ist ein Coach dort, der dich einfach weiterbringt ein Stück in deinem Leben. Und natürlich Gemeinschaft. Eine Olympiade findet statt, ein toller Wettbewerb. Das ist echt ein echtes Highlight. Also es lohnt sich wirklich, dort hinzugehen. Die nächste Stufe ist dann Diamant. Hier hast du auch wieder 150 IPs persönliches Bestellvolumen, 12 aktive Beine in der ersten Ebene, 15.000 IPs, Qualifikationsgruppenvolumen in der Ebene 1 bis 3 und bekommst einen 12%igen Tiefenbonus. Theoretisch wieder unendlich, bis jemand kommt, der die gleiche Stufe hat wie du. Und dann bekommst du aber immer noch vier Ebenen von ihm ausbezahlt. Wenn du dreimal bestätigt hast, wirst du von Live Plus eingeladen auf eine Diamantreise. Kannst jemanden mitnehmen, ein Partner deiner Wahl. Und es ist eine Woche Training, zusammen sein, gutes Essen, Erfahrungsaustausch. Einfach ein echtes Highlight. Dann geht es weiter zum Generationenbonus. Wenn du jetzt hier ein Sterndiamant hast, das heißt einen Diamant in deiner Linie, dann ist dein Bestellvolumen nach wie vor 150 IPs. Du hast 12 aktive Beine in der ersten Ebene, nach wie vor 15.000 IPs, Qualifikationsgruppenvolumen in der Ebene 1 bis 3. Du hast ein Diamantbein und zwei weitere Bronzelinien. Dafür bekommst du als Generationenbonus wieder 3%, theoretisch unendlich. Und natürlich eine Diamantreise, wenn du dich qualifiziert hast. Der Zwei-Stern-Bonus, auch wieder 150 IPs, persönliches Bestellvolumen, 12 aktive Beine in der ersten Ebene, jetzt hier 20.000 IPs, Qualifikationsgruppenvolumen in der Ebene 1 bis 3. Du hast zwei Diamantlinien und eine weitere Bronzelinie. Dafür bekommst du auch 3% Bonus in die Tiefe. Und auch wieder theoretisch unendlich, solange bis jemand kommt, der den gleichen Status hat wie du. Und dann bekommst du aber von ihm immer noch vier Ebenen ausbezahlt. Und die Krönung ist der 3-Stern-Diamant. Hier bekommst du 2%, 150 IPs, persönliches Bestellvolumen nach wie vor. Du hast 12 aktive Beine in der ersten Ebene. Aktiv bedeutet Besteller, die mindestens 40 IPs bestellen. 25.000 IPs, Qualifikationsgruppenvolumen in der Ebene 1 bis 3. Drei Diamantlinien und du bekommst 2% Generationenbonus, theoretisch unendlich. Und natürlich auch die Diamantreise, wenn du qualifiziert bist. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze ausgeschüttet wird. Hier haben wir mal den Vergütungsplan aufgemalt. Wenn jetzt hier jemand bestellt, der Computer guckt immer von unten nach oben. Jemand bestellt hier für 150 IPs. Dann wird nach oben 5% für A, 25% für B und 10% für C ausgeschüttet. Jetzt ist hier die erste Phase für das Qualifikationsvolumen ausgeschüttet. Jetzt kommt die Flexphase. Jetzt guckt der Computer als allererstes mal, wo ist Bronze. Unten in der Qualifikationsphase ist eine Bronze, aber die hat schon 10% bekommen. Das heißt, jeder bekommt nur einen Anteil. Also guckt dann nach oben, wo ist Bronze. Hier ist eine Bronze bei X6, kriegt 3%. Silber als nächstes 3%. Normal würde es Silber 6 kriegen, aber der Silberpartner gibt 3% an den Bronzepartner ab. Jetzt kommt der Diamantpartner. Der kriegt hier noch den Gold- und den Diamantstatus. Das ist 3 und 3, also 6%. Damit ist jetzt hier die Flexphase ausgeschüttet. Jetzt kommt als nächstes der Generationenbonus. Der 1-Stern-Bonus geht hier an X1, weil ein 3-Stern ist auch ein 1-Stern. Und deshalb kriegt der 1-Stern-Bonus hier X1. Der 2-Stern-Bonus kriegt der 4-Stern-Diamant hier, weil der ist auch 2-Stern-Diamant. Und den 3-Stern bekommt hier der 5-Stern-Diamant. Der ist nämlich auch 3-Stern-Diamant. Jetzt ist hier mal das ausgeschüttet von einer Produktbestellung. Okay, jetzt gehen wir hier nochmal ins Detail. Was ist jetzt anders durch LivePlus Next? Wenn jetzt hier jemand über 150 IPs einkauft, bekommt er, wie ich vorher schon gesagt habe, einen Rabatt von 20% direkt zurückvergültet. Das wird von seiner Rechnung abgezogen. Nach oben gehen 10% für A, 5% für B und nochmal 5% für C. Jetzt kommt die Flex-Phase. Der Bronze-Partner oben, der bekommt hier die 3%. Der Silber-Partner 3% und der Diamant-Partner bekommt hier 3 plus 3, also Gold- und Diamant-Status ausbezahlt sind 6%. Dann der Generationenbonus nach oben. 1-Stern 3%, 2-Stern 3% und 3-Stern 2%. So, was passiert jetzt, wenn jemand einen Shopper-Einkauf hat? Dann werden wieder 25% zurück direkt an dich überwiesen. Das kommt auf dein Konto. Nach oben bekommt A hier 10% und B 5%. Und jetzt passiert, wie ich vorher schon gesagt habe, die Flex-Phase. Die 3% von oben, vom Bronze-Status zählt jetzt hier mit rein. Bei C ist ein Bronze-Partner. Jetzt bekommt hier der Bronze-Partner 3% aus der Flex-Phase und es zählt hier noch mit in dein Qualifikationsvolumen rein. Dann geht es weiter. Der Silber-Status nach oben, 3%. Der Diamant-Status, 3 plus 3 für Gold und Diamant sind 6%. Und jetzt kommt der Generationenbonus, wie vorher auch. Hier kriegt der 3-Stern-Diamant 3%. Der 4-Stern-Diamant kriegt den 2-Stern-Bonus mit 3%. Und der 5-Stern-Diamant bekommt hier den 2-Stern-Bonus für den 3-Stern, weil er ist eben auch 3-Stern-Diamant. Okay, hier nochmal eine Zusammenfassung. Ganz klar, deine Vorteile für ein nachhaltiges Business bedeutet Netzwerkaufbau. Und zwar durch reines Empfehlungsmarketing, durch einen internationalen Netzwerkaufbau in über 50 Ländern, also alle Länder, die LivePlus beliefert. Das ist ein passives Einkommen möglich. Dein Netzwerk ist vererbbar. Du bekommst außergewöhnliche Anerkennung von LivePlus. Es sind einfache Schulungen und Trainings. Du bekommst einen eigenen kostenfreien Online-Shop. Und du hast natürlich die Refinanzierung deiner Produkte. Also alle Leute, die schon länger dabei sind, haben eigentlich die Produkte kostenlos, wenn sie es weiter empfohlen haben. Wenn du allerdings mehr dich auf Produkte spezialisieren möchtest, dann stehen dir die 25% internationaler Punkte als Umsatzbeteiligung zur Verfügung. Du kannst einen schnellen Umsatz mit Schwerpunkt Darmsanierung und Stoffwechselkur generieren. Es ist ideal für Praxen, Vereine, Stiftungen und Firmen, die auf Produkte Wert legen. Und ein idealer Einstieg, wenn du nicht am Netzwerkaufbau interessiert bist. Aus Shopper kann man natürlich jederzeit einen Umstieg zum Member machen. Und natürlich auch wieder Refinanzierung ist möglich. Okay, jetzt kommt noch ein Tipp, wie du schnell dein Ziel als Diamant erreichst. Das ist nur ein Rechenbeispiel. Der Diamant-Status bedeutet ja 15.000 IPs. Und man muss davon ausgehen, im Netzwerk-Marketing dupliziert sich alles. Die Leute machen nicht, was du sagst, sondern das, was du selber tust. Also wenn du hier 15.000 IPs willst, für den Diamant-Status, brauchst du bei einem Bestellwert von 40 IPs 375 Partner. Wenn deine Partner und du 100 IP bestellen, dann sind es 150 Partner. Und wenn du 150 IPs bestellst, brauchst du nur 100 Partner. Also die Geschwindigkeit macht natürlich auch über das Bestellvolumen Sinn. Und die Leute wollen einfach sehen, was machst du selber. Und dann werden sie dich duplizieren. Jetzt noch ganz zum Schluss. Die Stellstrauben für Wachstum sind natürlich Kontakte machen, selber sponsern natürlich, dranbleiben, das Eigenvolumen hochfahren. Die Leute machen das, was du machst und nicht, was du sagst. Und natürlich das Ganze duplizieren in die Tiefe und die Leute wieder ausbilden, damit sie selber weitergeben können. Rechts ist noch von der Netco ein Auszug. Wachstumsmarkt-Network-Marketing. Die Prognosen liegen bei 500 Milliarden bis 2027 500 Milliarden Dollar weltweiter Umsatz im Network-Marketing. Das ist eine Summe, das ist mehr als das Doppelte an Umsatz, das wir momentan haben. Also eine riesengroße Umsatzsteigerung. Es ist absolut interessant, jetzt im 21. Jahrhundert hier was draus zu machen. Und wenn du mehr Fragen hast, wende dich an die Person, die dir das Video gegeben hat oder die dich eingeschrieben hat oder frag einfach in deiner Upline nach jemandem, der sich gut auskennt und dir das nochmal gut erklären kann. Okay, bleib dabei. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, das hier anzuschauen.